Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es einmal darum gehen, was in OSX Mavericks alles neu ist. Das ist nur ein kurzer Überblick, was die neuen und die Hauptfeatures sind und wie ihr es euch herunterladen könnt und welche Geräte unterstützt werden. Also wir gucken uns zuerst mal die aktuellen oder die größten Features von Mavericks an. Zuerst, wir haben iBooks auf dem Mac. Ihr könnt jetzt iBooks, die ihr auch schon auf dem iPad oder iPhone gekauft habt, könnt ihr jetzt auch auf eurem Mac lesen. Natürlich am besten auf einem MacBook, weil das ist natürlich am praktischsten als auf einem iMac oder so. Ja, ist auch eine ganz nette Idee, dass man jetzt auch auf seinem Mac da PDFs bearbeiten kann oder diese Schulbücher, die Apple vor ein paar Monaten, oder über einem Jahr sogar glaube ich schon vorgestellt hat. Kann man da jetzt auch drauf lesen, bearbeiten und ja, damit arbeiten. Dann haben wir die CardNap jetzt auch auf dem Mac. So wie man sie kennt von iOS, man hat die 3D-Funktion, man hat also Flyover hat man, dann kann man lokale Suche, wie man es hier sieht, das ist Flyover, dann eine lokale Suche und an iOS senden. Das ist eine Funktion, da kann man jetzt zum Beispiel eine Route planen und dann, wenn man jetzt morgen in den Urlaub fährt, kann man die an einem Mac planen und dann an sein iPhone schicken lassen. Also dann hat man die, zum Beispiel sein iPhone, iPad, dann hat es als Navi. Das ist auch eine sehr nette Funktion und so sieht man wieder, wie Apple versucht, die ganzen Geräte zusammenzubringen und ja, die Verknüpfung komplett zu machen. Und dann haben wir jetzt hier den Kalender, auch neu. Da können wir uns einmal die Wochenansicht, die ist jetzt auch neu. Das sieht jetzt so ein bisschen mehr aus im iOS 7 Look. Wie gesagt, iOS und Mac ähneln sich immer mehr und das wird sich in den nächsten Jahren auch immer stärker bemerkbar machen. Dann neue Infofenster. Hier bekommt man Infos und kann man sich auch direkt in der Karten-App anzeigen lassen, an welchem Standpunkt zum Beispiel ein Treffen ist oder so. Und eine Monatsansicht ist jetzt auch neu. Hier sieht man jetzt auch in verschiedenen Farben, zum Beispiel Geburtstage oder Termine, auch sehr schön gemacht. Dann Safari, Safari ist auch neu gemacht, etwas neu designt, ein paar neue Features, zum Beispiel die Seitenleiste, die sieht jetzt auch neu aus, mehr auch eher flacher, nicht mehr dieses Golemorphistische. Und ja, können wir uns nochmal hier die geteilte Links angucken, also geteilt, jetzt nicht in der Mitte durchgeteilt, sondern auf Twitter, Facebook, LinkedIn oder so. Ähm, ja, das ist auch natürlich ganz praktisch, ähm, warum nicht? Dann iCloud Schlüsselbund oder iCloud Keychain ist ja, so heißt es ja im Englischen, so wird es glaube ich auch hier, wenn ihr es runterladet, beschrieben. Ähm, das ist einfach eine Funktion, in iCloud werden halt alle eure Passwörter gespeichert, das heißt, ihr meldet euch ab oder ihr kriegt ein neues iPhone. Ihr wollt euch bei YouTube anmelden, bei Twitter, geht ihr auf das Fenster, wo man dann sich eintippt und dann erscheinen da schon hier, wie man hier sieht, diese Fenster. Da könnt ihr dann drauf tippen und dann sind alle Daten direkt drin. Apple gibt die natürlich auch nicht weiter oder so, ganz klar. Und, ähm, ich persönlich nutze es jetzt auch, weil ich es eigentlich relativ praktisch finde und ich vertraue da Apple, dass sie damit kein, äh, Mist machen. Dann können wir uns das nochmal hier anders ansehen, so sieht das zum Beispiel jetzt hier, wenn man bezahlen möchte mit Kreditkarte oder so. Also, ob man das angeben möchte, ist eben selbst, selbst überlassen. Und hier sieht man auch über Mac, iPad und iPhone. Dann mehrere Bildschirme, das ist, ähm, ja die Funktion. Vorher war es ja immer so, wenn man jetzt hier oben, ähm, Apps im Vollbildmodus benutzt hat, das wird auch hier angezeigt. Dann, äh, wird, konnte man ja mal nur eine App verwenden, äh, ja eine Funktion, äh, ein Programm verwenden und jetzt kann man mehrere verwenden. Das ist auch relativ praktisch, weil, ähm, so kann man es zum Beispiel auch mit seinem Apple-TV verwenden. Also kann man hier zum Beispiel Mail offen haben und hier guckt man sich in Fullscreen-Film an. Das ist sehr praktisch, also war eigentlich schon von Anfang an zu erwarten, dass sie es so machen, aber haben sie nicht gemacht. Sehr komisch. Dann Mitteilung, da gibt es auch ein paar Neuerungen, jetzt könnt ihr auch in der Mitteilungszentrale direkt hier oben, äh, antworten. Dann, Updates von Webseiten könnt ihr gucken, also falls es da auf eurer Website irgendwelche Updates gibt. Während du weg warst, ist, ähm, man sieht hier im Lockscreen, also wenn ihr das Passwort eingeben müsst, was passiert ist, während man nicht anwesend war. Man hat eine Mail reinbekommen, eine iMessage, einen FaceTime-Anruf oder so, das Ganze steht dann da. Dann, äh, Finder-Tabs ist, ähm, praktisch, weil vorher hat man, wenn man irgendwelche Sachen verschieben wollte, immer ganz viele Finder-Fenster. Und jetzt hat man halt Tabs und, ja, sehr praktisch auf jeden Fall. Und Tags ist, äh, nochmal was anderes, also verschiedene Tags, das sieht man hier an der Seite. Hier dieses Rot, Grün, Blau, verschiedene Farben kann man, äh, Bildern zuordnen und die sind dann alle hier unter geordnet, ohne dass man das selbst machen muss, also per Rechtsklick, ähm, kann man das dann auswählen, weil auch vorher immer diese Farben bei, äh, Ordnern konnte man die ja zuwählen und diese findet man dann hier in der Seitenleiste jetzt immer wieder. Tags in iCloud ist natürlich auch mit eingebunden, weil alles läuft ja jetzt bald über iCloud. OSX-Server ist jetzt nicht so interessant, ist halt eine neue Version für den Server von Apple, also die, äh, Server-Version von OSX und innovative Technologie, oder Technologie, wie man es so nennen möchte, ähm, beschreibt einfach den besseren Zusammenhang zwischen der Software und der Hardware und wie Apple auf der Keynote gesagt hat, zum Beispiel die Grafik kann doppelt so schnell sein, nur weil die, ähm, weil Programme, die im Hintergrund laufen, äh, angehalten, also eingefroren werden, so haben sie es gesagt, und dadurch mehr Leistung dem, ähm, geöffneten Programm oder dem im Vordergrund stehenden Programm zur Verfügung stehen, was auch sehr praktisch ist. Und natürlich, ähm, und, ähm, OSX Mavericks Developer Tools kann man hier drüber auch erreichen. Falls einer von euch Developer ist, geht das hier auch. Dann gucken wir uns einmal ab, oder was ist OSX, gucken wir uns auch einmal kurz an, obwohl es sollte ja eigentlich jedem bekannt sein, OSX ist natürlich nur für, halt, ein Mac zu haben, es ist die Software für die Macs und nicht für eine Windows-PC, das geht leider nicht, okay, man kann es per Hackintosh, also, ein Hackintosh machen, aber darum soll es ja jetzt hier nicht gehen. Hier wird noch einmal kurz gezeigt, was man alles, Multitouch a la Mac, also, hier mit dem Trackpad, hier wird nochmal alles gezeigt, was man alles mit einem Mac veranstalten kann, über iCloud, hier, die ganzen Apps, hier werden auch nochmal die neuen Features nochmal an, hier iCloud Keychain gesagt, und ja, dann kommen wir einmal zu Upgrade. Wie upgradet ihr es? Es ist ganz einfach und ein super Upgrade. Und zwar, Mac OSX oder nur OSX, es heißt ja nicht mal Mac OSX, ich sag das immer, aber es heißt nur noch OSX Mavericks, kann man kostenlos im Mac App Store herunterladen, ganz einfach, ihr geht einfach, prüfe dein Mac Hardware auf, über diesen Mac, dann Software Updates oder Software Aktualisierung und dann öffnet sich der Mac App Store und ihr könnt OSX Mavericks ganz gratis komplett unterladen, also ihr bekommt ein komplettes neues Betriebssystem, komplett gratis und ja, das gab es auch noch nicht. Dann haben wir die technischen Daten, die ihr braucht für den Mac, und zwar, und was auch natürlich mitgeliefert ist, vorausgesetzt ist OSX 10.6.8 oder neuer, also was ihr schon vorher drauf installiert haben müsstet, 2 GB Arbeitsspeicher, 8 GB freie Speicherplatz, dann braucht ihr eine Apple ID und für einige Funktionen könnten Gebühren anfallen, das wäre jetzt zum Beispiel iTunes, wie heißt es? Ach, wie heißt es? iTunes hier, ja, ich habe den Namen vergessen. Ach, das mit der Musik, wer ist das denn? Schreibt es mir in die Kommentare, ihr wisst es mit sehr direkt, wie es heißt. Unterstützte Modelle, iMac Mitte 2007 oder neuer, MacBook Ende 2008, das Aluminium-Modell oder neuer, dann ein MacBook Pro Mitte Ende 2007 oder neuer und ein X-Server, den gab es auch mal, wer sich noch daran erinnert, Anfang 2009 oder neuer. Dann ein MacBook Air Ende 2008 oder neuer, ein Mac Mini 2009 oder neuer und ein Mac Pro Anfang 2008 oder neuer. Ja, dann sind hier alles nochmal, was mitgeliefert ist, welche Sprachen und welche Funktionen, Dienstprogramme, das ist hier alles nochmal aufgelistet. Und hier gibt es nochmal einen Knopf, wo ihr Mavericks natürlich direkt runtergeladen könnt. Ich persönlich habe Mavericks natürlich schon runtergeladen und muss sagen, ich habe ein leichtes Gefühl, dass es echt einen kleinen Leistungsschub gebracht hat und ein paar Funktionen sind auch echt praktisch. Und ja, ich kann es euch nur empfehlen, es ist kostenlos, also einfach runterladen und ihr seid auf dem aktuellsten Stand. Ich hoffe euch, dass diese kleine Zusammenfassung und das Video gefallen, würde mich über einen Daumen hoch und Kommentare natürlich wie immer freuen. Und ich sage bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao!